Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Marktbriefing bereiten wir uns im Detail auf die wichtige kommende Handelswoche vor. Bevor wir starten, ein Hinweis auf die Videos vom Wochenende. In den Aktienvideos gab es Detailanalysen zu PayPal, Canopy Growth und ZIM sowie LVMH, Nike und BYD. Und heute gab es natürlich das Big Tech Update. Links zu den Videos in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Marktbriefing mit der Grafik Smart Money vs. Dumb Money. Oben seht ihr den S&P 500 in seinem Kursverlauf. Unten seht ihr die Kleinanleger und die institutionellen Anleger, die schwarze und blaue Linie. Wir kommen aus einer Handelswoche, die eher von seitwärts Preis-Action geprägt war im S&P 500. Wir haben am Donnerstag ein Allzeithoch gefischt im Rahmen der massiven Earnings natürlich von NVIDIA und des massiven Kursanstiegs von NVIDIA. Aber insgesamt muss man sagen, war es eine Handelswoche ohne große Entscheidung, was die Kurse angeht. Die große Frage ist natürlich jetzt vor allen Dingen nach der rauschenden NVIDIA-Party. Kann der Markt in der Breite wieder an Stärke gewinnen kommende Woche? Oder folgen dann letzten Endes doch mal etwas stärkere Gewinnmitnahmen? Und das Ganze schauen wir uns auch direkt im Chartbild an vom S&P 500. Ihr seht oben herrlich die Seitwärts-Preis-Action. Die Donnerstagstageskerze im Spot-Handel ist durchaus beeindruckend. Hat sich das Hoch hier gefischt und hat dann massiv abverkauft. Und das muss man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wir haben auch am Freitag im News-Video darüber gesprochen, dass ich jetzt hier zumindest mal, bis wir neue Allzeithochs abholen, einen kleinen Hedge bei mir im Depot drin liegen habe. Denn ich habe so ein bisschen diese untere Zone auf dem Schirm, dass der Bereich bis zu 5.170 Punkte in etwa, dass wir hier möglicherweise nochmal ein bisschen abtauchen und auch den Breakout aus diesem lokalen Korrektur-Abwärtstrend nochmal backtesten. Unter 5.170 Punkte muss man sagen, wird es dann schon deutlich rutschiger werden. Die 20-Tage-Linie ist bei 5.200. Und wenn wir auch vor allen Dingen in diesen kurzfristigen Aufwärtstrends seit den April tief brechen sollten, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass etwas tiefer auch die 200-Tage-Linie in den Karten ist. Aber jetzt für den Moment haben wir das mal auf dem Schirm. Die Donnerstagskerze müssen wir auf jeden Fall so ein bisschen im Blick behalten. Das war eben die Preis-Action nach den Nvidia-Earnings. Und wenn jetzt kommende Woche nochmal ein paar Gewinnmitnahmen einsetzen sollten, dann müssen wir dazu sagen, haben wir ganz klar den Bereich zwischen 5.200 und 5.170 als Dippkauf auf dem Schirm. Und so eine kleine Abfrischung würde dem Markt auch durchaus nicht schaden, muss man sagen. Wir sehen hier mal das Verhalten der CTAs, der Commodity Trading Advisors. Das sind algorithmische Trendfolge. Auf der rechten Seite seht ihr die Convexity aktuell. Global sind das hier die Aktien. Auf der linken Seite seht ihr, wie sich die in den einzelnen Szenarien ganz konkret verhalten würden. Man muss sagen, global hätten sie sogar in einem flachen Markt, also wenn der Markt weiter seitwärts geht, noch etwas mehr zu kaufen. Im S&P 500 sehen wir auch, dass sie noch etwas zukaufen würden in einem Flat Market. Aber gerade wenn der Markt ein bisschen abverkaufen würde, dann muss man sagen, hätten sie auf Sicht von einer Woche zwischen 8, zwischen 2 Milliarden im S&P 500 und 8 Milliarden global. Wichtig ist hier aber auch dazu zu sagen, dass sie eben gerade, falls es eine größere Korrektur werden sollte, global 180 Milliarden US-Dollar zum Verkaufen hätten und im S&P 544 Milliarden US-Dollar. Und das greift auch gerade wieder so ein bisschen den Chart auf, worüber wir gerade gesprochen haben. Ein milder Buy-the-Dip ist absolut problemlos. Würde hier vermutlich auch wieder für einen kleinen Wash-out sorgen, wie wir es im April gesehen haben, der dann auch durchaus aggressiv gekauft werden kann. Aber wenn große Supports brechen sollten, gerade wenn wirklich immer eine 50-Tage-Linie durch ist und dann als Widerstand getestet wird, dann hätten hier die CTAs auch etwas mehr zum Abverkaufen. Und das könnte dann durchaus, auch wenn man sich es zum jetzigen Zeitpunkt kaum noch vorstellen kann, nach dieser starken Rallye, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn wichtige Supports brechen, nochmal eine ordentliche Phase der Korrektur nach sich ziehen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und auch eine weitere Gruppe der Marktteilnehmer hat sich im Rahmen von deren Investmentstrategie eher nicht daran gehalten, was wir praktizieren, also kaufe Support, sondern tatsächlich eher das Gegenteil praktiziert. Und zwar geht es hier um die Volatility-Controlled-Funds. Die wurden natürlich im Rahmen der ansteigenden Volatilität im April dramatisch aus dem Markt herausgespült, haben aber jetzt bei diesem Volatilitäts-Crash aktuell wieder aggressiv zugekauft. Also hier eine weitere Kategorie der Trendfolger, die sich jetzt im Rahmen der Rallye sehr stark wieder in den Markt haben reinziehen lassen. Und der Market, ihr schreibt das auch völlig zu Recht oben. Imagine the pain. Stellt euch den Schmerz vor, wenn es von hier jetzt doch wieder ein bisschen tiefer runter geht. Also habt das mal wirklich auf dem Zettel. Gerade die Trendfolger hat es jetzt zuletzt sehr stark in den Markt reingezogen. Und zumindest nochmal so eine kleine Abkühlung, dass hier auch wieder ein bisschen Potenzial geschaffen wird, dass die natürlich dann wieder aggressiv hinterher springen müssen, falls der Markt dann wieder bullish dreht. Das darf einen hier nicht überraschen, wenn der Markt hier wirklich kurzfristig nochmal etwas abkochen sollte. Und falls die Märkte jetzt kurzfristig nochmal in einen Dip gehen sollten, müssen wir ganz klar dazu sagen, nicht zu früh zu bearish zu werden. Denn wir schauen uns hier mal die Saisonalität an in Wahljahren. Und zwar der Juni, der Juli und dann vor allen Dingen auch der August sind gerne sehr, sehr stark. Man muss dazu sagen, das haben wir gewissermaßen letztes Jahr so gesehen, diese Performance. Also möglicherweise wäre hier sogar die Saisonalität des Wahljahres schon vorgezogen gewesen. Aber auf jeden Fall auf dem Zettel haben, dass wir seit 1950 hier eher positive Monate Juni, Juli und August 10 in Wahljahren übergeordnet. Hier nochmal circa ein Plus von 1,3 Prozent. Wobei wir auch wissen, dass das Jahr 2024 auch eher den Rahmen nach oben sprengt. Also hier grundsätzlich auch mehr abseits denkbar, keine Frage. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir auf dem Zettel haben, dass im Prinzip aus Sicht der Saisonalität einer schönen, strammen Sommerrallye sehr wenig im Wege steht. Bevor wir dann definitiv bitte sehr, sehr vorsichtig werden, vor allen Dingen im unmittelbaren Vorfeld und Umfeld der US-Wahlen. Denn das ist ein Event, das saisonal gesehen und vor allen Dingen auch historisch gerne für teilweise sogar große Volatilität sorgt. Wir sehen es auch schon, die WIX Futures für den Oktober stehen deutlich höher als aktuell. Und wie Goldman Sachs Derivate-Team hier schreibt, die sind aktuell schon so ein bisschen zurückhaltend dem Markt gegenüber. Gerade weil die Volatilität bereits jetzt Multi-Jahres-Tiefs gesehen hat. Haben wir auch gerade am Freitag darüber gesprochen im News-Video. Die absoluten Tiefs gab es im Jahr 2006 und 2017, was die Volatilität angeht. Also hier wäre grundsätzlich noch ein bisschen Abwärtspotenzial beim WIX. Aber hier schreibt das Goldman Sachs Derivate-Team ganz klar, wenn wir jetzt hier wirklich noch etwas mehr Rallye bekommen, wenn es diese stramme Sommerrallye geben sollte, wenn die dann in dem Zuge den WIX auch nochmal tiefer runterdrückt, dann würde das sozusagen den Case for Owning Volatility, also den Fall sein Depot abzusichern, nur umso stärker machen. Und das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Wir beobachten das jetzt sehr, sehr eng in den kommenden Wochen, die Preis-Action. Deswegen lass definitiv dein Abo da, damit du auch bei den täglichen News-Videos nichts mehr verpasst. Und sollten dann vor allen Dingen gewisse Kursziele getroffen werden bei den Indizes im Rahmen einer Sommerrallye, muss man wirklich dazu sagen, dann werde ich den Gürtel zu den Wahlen deutlich enger schnallen, werde aggressiv Gewinne mitnehmen. Und wenn sich ein gewisses Setup ergeben sollte, auch durchaus überlegen, den Markt zu shorten. Wir kommen vom übergeordneten Bild wieder zurück zur kurzfristigen Marktansicht. Und da werde ich einfach das Gefühl nicht los, dass hier so ein bisschen Vorsicht geboten ist. Aktuell nochmal im Angesicht einer möglichen kurzfristigen Abfrischung. Wir sehen hier den Volatilitätsindex auf den Volatilitätsindex, den sogenannten VWIX. Und der gilt gerne auch so ein bisschen als Frühindikator. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass gerade dieser letzte Absturz nochmal beim WIX nicht mehr übernommen wurde vom Volatilitätsindex auf den Volatilitätsindex. Ihr seht es auch am Top. Der kam schön aggressiv runter, hat den WIX dann mit runtergezogen. Und jetzt sehen wir eben den VWIX. Das ist hier die helle Linie im Chart mit einem deutlichen Anstieg. Und so ein bisschen springt ja der WIX jetzt auch mit an. Und hier auch eben ein interessanter Punkt von der Marketeer. Der NVIDIA oder nicht, also NVIDIA or not, die Kurslücke hier zwischen dem VWIX und dem WIX, das sollte man eben nicht ignorieren. Also hab es zumindest auf dem Zettel, dass wenn die Märkte jetzt nochmal ein bisschen Rumoren sollten kommende Woche, dass das eben jetzt hier im Angesicht durchaus von einer gewissen Seitwärtsphase, möglicherweise von einer kleinen Ermüdung im S&P 500 und einer Volatilität, die jetzt gerade zuletzt mehr Jahrestiefs gemacht hat, einfach keine Überraschung wäre. Wir schauen mal auf JP Morgan, wie die den Markt aktuell sehen. Die haben den Positioning Indicator und auch der zeigt uns an, dass wir nach dem scharfen Dip zugegeben im April jetzt hier, was die Positionierung angeht, beinahe wieder an den Hochs angekommen sind. Und hier auch die entsprechende Beschreibung. Ist das jetzt hier die Bedeutung dafür, dass die Rallye vorbei ist? Und das schreibt JP Morgan ganz klar nicht unbedingt. Es ist kein großer Rückenwind natürlich mehr, wenn der Markt sehr stark zur Longseite positioniert ist. Aber die schreiben hier auch ganz klar, dass wir im ersten Quartal größtenteils eine sehr aggressive Positionierung gesehen haben zur Longseite und der Markt dennoch weiter gestiegen ist. Man muss es halt nur einfach auf dem Schirm haben, dass die Positionierung jetzt wieder sehr optimistisch ist. Und das macht es eben doppelt wichtig für uns ständig zu überprüfen, sind die Trends noch intakt? Und vor allen Dingen ist das Narrativ vom Markt noch intakt? Und das kann man schon mal sagen, der Trend ist mehr als intakt und würde eben einen kleinen Rücksetzer erlauben. Und um das auch noch mal zu verdeutlichen, ein kleiner Ausschnitt aus dem heutigen Big Tech Update, das du dir natürlich auch noch sehr gerne im Anschluss an dieses Video anschauen kannst, um auch mal zu zeigen, wie intakt der wohl zweifelsohne wichtigste Aufwärtstrend ist. Und zwar hier der kumulierte Chart von Magnificent Seven, also Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta zusammen hier in einem Chart. Und da sehen wir eben auch gerade, wie sich jetzt zuletzt hier vom übergeordneten Trend sich entfernt wurde. Gerade nochmal in der abgelaufenen Handelswoche natürlich auch ab Donnerstag hier dieser massive Anstieg. Und da muss man es einfach auch ganz klar sagen, dieser Chart ist hier aktuell bei etwa 385 US-Dollar. Und diese kleine Supportzone, die wir uns unten eingezeichnet haben, die liegt zwischen 370 und 360 US-Dollar. Also hier muss man wirklich sagen, vor allen Dingen auch der wichtigste Pulk am Markt. Gerade die Big Tech Aktien hätten hier durchaus ein bisschen Platz, um abzukühlen. Und gerade diese Aktien sind es auch, die man genau beobachten sollte, denn der Markt spielt ganz klar die Magnificent Seven. Insgesamt spielt der Markt die zehn größten Companies im S&P 500 aktuell stärker. Denn je, wie wir hier sehen, am Gesamtanteil der Marktkapitalisierung vom S&P 500 haben die zehn größten Unternehmen jetzt 35 Prozent. Und das ist natürlich hier ein ganz klares Allzeithoch. Aber, und das ist eben wichtig, gerade jetzt im ganzen Umfeld von KI sind es natürlich auch diese Unternehmen, die ihre Produktivität, aber auch ihre Profitabilität und damit eben ihre Gewinne steigern können. Denn wir sehen es auch ganz klar, dass es genau diese Unternehmen sind, die jetzt auch mit 26 Prozent Earningsanteil am gesamten S&P 500 klar Allzeithoch machen. Also, der Markt, das hatten wir heute auch schon im Big Tech Update, im Beispiel von Nvidia, der Markt spielt diese Aktien derzeit nicht umsonst. Das ist ganz klar der Bereich, wo auch gerade eben, was dann die Unternehmensergebnisse angeht, derzeit die Musik spielt. Bevor wir uns jetzt gleich die Berichtssaison, den Wirtschaftskalender und das Thema Sentiment anschauen, möchte ich noch eine Grafik mit euch teilen, die ich immer ins Video packe, wenn sie mir gerade in die Hände fällt. Und das ist so wichtig, die Regel Nummer eins im Trading, neben keine Verluste zu machen, ist, dass man sich vor Augen führt, dass man nichts weiter produziert wie ein Unternehmer als Gewinn und Verlust. Am Ende ist es egal, mit welchem Produkt du arbeitest, mit welcher Aktie du arbeitest, ob du einen K.O.-Schein hast oder die Aktie an sich, unterm Strich im Trading-Account zählt, machst du Gewinne, bist du profitabel oder eben nicht. Wie der Marketer hier oben auch schreibt, you produce one thing in Trading, profit and loss, the rest is just noise. Und genau so ist es auch. Der Rest ist noise, der dich nicht interessieren braucht. Wie macht es der rechts von mir egal? Wie macht es der links von mir auch egal? Es geht um meine Strategie und es geht darum, wie ich am Markt handeln kann. Und man muss sich immer eins vor Augen führen, dass es doppelt schwer ist, einmal erlittene Verluste wieder reinzuholen. Und so muss man ganz klar auf dem Zettel haben, dass wenn du mal 50% im Minus bist, dass du 100% Gewinn brauchst, um zumindest wieder break even zu kommen. Und wir wissen, dass vor allen Dingen, wenn man weiter als 50% ins Minus rutscht, das Ganze dann exponentiell krasser wird. Bei minus 60% brauchst du bereits einen Anstieg um 150%. Und damit einfach abschließend für die heutigen Grafiken und Makrodaten der Appell, habt beim Trading in aller erster Linie euer Risikomanagement im Griff. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Und damit zur Berichtssaison. Und da ist durchaus die eine oder andere spannende Meldung kommende Woche dabei, vor allen Dingen auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dienstag nachbörstig geht es erstmal los, unter anderem mit den Zahlen von Digital Turbine, die Aktie mit dem Ticker Apps. Ein gewaltiger Highflyer 2021, kommt aber so überhaupt nicht mehr auf die Beine aktuell. Wenn ihr Lust habt, schauen wir uns die auch gerne mal in einem Aktienvideo an, dann noch vor den Zahlen und Mittwoch, muss man sagen, dann ganz klar das Main Event. Donnerstag auch wichtig, aber der Mittwoch natürlich nachbörstig dann, unter anderem mit den Zahlen von Salesforce, auch mit den Zahlen von UiPath und Okta und auch die Zahlen von C3 AI. Am Donnerstag vorbörstig gibt es dann die Zahlen von Canopy Growth, unter anderem, da bin ich sehr gespannt, derzeit die Aktie technisch auch wirklich ein bisschen angeknackst, hatten wir gestern im Aktienvideo, aber auch ein paar Retailer kommen am Donnerstag, Kohls unter anderem, Footlocker, aber auch Dollar General, müssen wir ganz genau darauf achten. Ihr wisst auch gerade der Konsument weiterhin im Fokus, auch nachbörstig hier noch die Zahlen von Costco, ganz klar in dem Zusammenhang auf dem Schirm haben und dann am Donnerstag nachbörstig die Zahlen von Dell und ihr wisst, dass diese Aktie auch gerade in einem absoluten Run ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Hier ist natürlich auch Priced for Perfection, wie der Amerikaner sagt, also hier ist wirklich Perfektion eingepreist und da müssen wir ganz genau hinschauen, und ob die dann auch entsprechend abliefern. Hier gab es ja auch zuletzt einige Meldungen mit Kooperationen mit Nvidia. Seascaler auch am Donnerstag nachbörstig, unter anderem auch Marvel und MongoDB, auch zwei spannende Aktien und noch ganz vergessen am Mittwoch nachbörstig auch noch die Zahlen von HP. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Aktien der kommenden Woche interessieren euch hier ganz besonders. Und damit zum Wirtschaftskalender morgen erstmal ganz wichtig in den Vereinigten Staaten, Feiertag auch in Großbritannien, Bankfeiertag und in den Vereinigten Staaten der Memorial Day. Ihr habt es mal auf dem Zettel, dass morgen die US-Börsen geschlossen sind, also vermutlich ein eher ruhiger Handelstag. IFO-Geschäftsklimaindex gibt es morgen um 10 Uhr, am Dienstag CB Verbrauchervertrauen um 16 Uhr. Mittwoch gibt es dann den Verbraucherpreisindex in Deutschland. Hier wird jetzt wieder auf Monatssicht mit 0,5% gerechnet, aber im Jahresvergleich 2,2%. Wie lange die Rechnung noch aufgehen soll, bin ich wirklich gespannt. Müssen wir genau darauf achten. Am Donnerstag dann das Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten, die überarbeitete Version fürs erste Quartal, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Rohöl-Lagerbestände. Und am Freitag gehen wir dann aus der Woche einmal mit dem Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe in China, den Einzelhandelsumsetzen in Deutschland, Verbraucherpreisindex in der Eurozone und dann ganz wichtig, das Highlight zum Schluss, die PCE-Kernrate in den Vereinigten Staaten. Ihr wisst, auf den Inflationsindikator schaut die FED ganz genau und wir sind ja jetzt in diesem Umfeld. Die EZB möchte senken, die FED drückt noch auf die Bremse. Das wird eine ganz spannende Konstellation und ein kleines Bausteinchen für diese Konstellation. Gibt es diesen Freitag um 14.30 Uhr. Am Montag dann wie immer die Frage nach deiner aktuellen Cash-Quote und so ein bisschen haben wir diese Umfrage meiner Meinung nach durchgespielt. Wir sehen hier 54% von euch, das klettert minimal nach oben. Wir waren knapp unter 50 noch vor einigen Wochen. Jetzt sind wir bei 54% von euch, die all-in sind. Aktuell weitere 22% haben weniger als 25% Cash-Quote und auf mehr als 50 oder gar mehr als 75% Cash entfallen aktuell lediglich 6, respektive 7% von euch. Und die aktuell noch nicht im Markt sind oder sich unterinvestiert fühlen, wollen offensichtlich noch unbedingt hinterher. Und zwar planst du in den kommenden Tagen und Wochen Aktien zu kaufen, war wie immer am Dienstag die Frage. Und hier zwei Drittel von euch, knapp 64% sagen ja. Am Donnerstag dann eine interessante Entwicklung, wobei man dazu sagen muss, das war der Tag, an dem einige Aktien ordentlich auf den Deckel bekommen haben. Hier gab es, obwohl das immer noch ein sehr bulisches Umfrageergebnis ist, auf die Frage der Wahrscheinlichkeit des Beginns einer 5-plus-Prozent-Korrektur in den kommenden zwei Wochen einen ordentlichen Switch wieder zurück in die vorsichtige Seite, nämlich 15 und 16% gehen von euch davon aus, dass es zwischen 60 und 80 bis 100% liegt, die Wahrscheinlichkeit. Und da waren wir zuvor auch im zweistelligen Bereich. Also wir haben hier durchaus einen gewissen Flip gesehen am Donnerstag, allerdings eben auch begründet durch die teilweise prozentual zweistelligen Abverkäufe bei einzelnen Aktien. Diese Abverkäufe schienen am Freitag dann aber schon wieder bereits vergessen, denn auf die Frage heute den S&P kaufen oder verkaufen, die wir Freitagabend mit dem News-Video immer stellen, haben immerhin 60% von euch geantwortet, sie würden den Markt am Freitag eher kaufen. Und auch die Magnificent 7 rücken etwas weiter nach oben in der Gunst der 10x-Community, denn vergangenen Sonntag im Rahmen des Big Tech Updates haben wir gefragt, Max7 aktuell Einkauf oder nicht? Und da sagen immerhin jetzt 55% von euch ja. Abschließend möchte ich euch noch gerne einen Chart zeigen. Ich hatte ihn am Freitag schon angekündigt im Rahmen der Enphase Energy Analyse und jetzt im Marktbriefing ist er mit dabei und ich weiß als Tatsache, dass einige von euch diesen ETF im Depot haben und schwer, schwer unglücklich waren in den letzten Jahren. Die Rede ist vom iShares Global Clean Energy ETF. Das war die absolute Bubble im Jahr 2020, 2021. Hier wurde alles, was nach erneuerbarer Energie aussieht, nach oben gejazzt. Und jetzt sehen wir hier einen brutalen Abverkauf. Wir wissen es ja auch, Solar wurde noch unten geprügelt, Wasserstoff wurde kaputt geprügelt und auch dieser ETF hat seit dem Hoch um 63% verloren. Und diejenigen, die das Teil als Depotleiche im Depot liegen haben oder aber auch diejenigen, die hier akkumuliert haben, dürfte es freuen, dass wir nach einem beinahe perfekten Backtest der Levels aus 2009 und dem Widerstand aus 2015 jetzt hier per Doppelboden aus diesem brutalen Abwärtstrend ausgebrochen sind. Man muss dazu sagen, keine Kurse mehr hier im ETF, besser unter 14 US-Dollar. Allerdings wollte ich hier auch mal direkt eine Frage in den Raum stellen und schreibe mir dazu mal einen Kommentar. Habt ihr Interesse daran, dass wir hier mal ein detailliertes Video machen zu Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energie? Gerne auch hier diesen ETF nochmal ein bisschen mehr im Detail analysieren, aber hier wirklich auch mal auf Aktien eingehen. Denn wenn das hier, ich zeichne das jetzt mal ein, wenn das hier der Boden ist und der Beginn einer Trendwende, dann könnte das zum einen mal so über Bande gespielt so ein kleiner Indikator für Zinssenkungen sein. Wir wissen gerade, Solaraktien bräuchten dringend Zinssenkungen, um wirklich zu funktionieren. Aber das würde natürlich bei diesen Aktien extreme Chancen anzeigen, wenn wir hier nicht nur die 200-Tage-Linie jetzt auf Wochenschluss brechen, was wir geschafft haben, sondern auch hier aus der 50-Wochen-Linie ausbrechen. Wenn dieser ETF über 15 US-Dollar ausbricht, dann hat er hier Platz zum Laufen. Und das könnte gerade bei den teils extrem stark geschorteten Solar- und Wasserstoff-Aktien bedeuten, dass hier starke Rallys bevorstehen. Was ja auch so ein bisschen in den Rahmen einer potenziellen Euphorie-Nebenwerte-FOMO-Sommerrallye passen würde. Ich finde es spannend, ich finde es interessant. Und ich muss sagen, das ist mit Sicherheit auch für viele von euch eine gewisse Erleichterung, wenn man hier sagt, dass der Global Clean Energy ETF jetzt wirklich aus einem großen Abwärtstrend ausgebrochen ist. So richtig glücklich bin ich mit der Situation noch nicht. Da möchte ich Folgendes sehen. Das wisst ihr erstmal noch in Impuls und dann gerne den Rücksetzer als Backtest. Aber die Zielzone ist hier durchaus interessant. Von aktuellen Levels habe ich hier durchaus ein Aufwärtspotenzial zwischen 40 und möglicherweise sogar 70% auf dem Schirm. Und das im ETF. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob wir zu dem Thema ein Video machen sollen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze. Und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao. Ciao.